Ah ja, die Movieaufnahme wurde beendet. Welche Überraschung, habe ich noch Platz frei? Gucken wir mal, nicht dass die gleich wieder ausgeht. Nimm mich auch nicht so Bock drauf. So gar nicht, wenn ich mal ehrlich bin. Möhnliche Musik Möhnliche Musik Aber läuft doch irgendwie Irgendwie läuft das Irgendwie läuft das immer Gut Hatte ich nicht vor kurzem Ne ich habe keinen Habe ich einen Empire Cup mitgemacht Ich weiß es gar nicht Aber irgendwie bin ich ja die ganzen Die ganzen Also viele epische Hanfblüten Aber nicht so viele Dann habe ich es bestimmt Durch Durch Leveln der Der Sorten gemacht Genau wie sieht das eigentlich aus Die sind jetzt alle Alle auf letzter Stufe Also fast Maximum Es fehlt noch das hier Ich hoffe zumindest Dass danach nicht irgendwas noch kommt Ja gut Aber ich denke die letzten viermal gießen Bei Sour Diesel dauert nicht so lange Produziere ich gleich richtig viel Honig Richtig viel Honig Und hey es geht auch gleich weiter Okay Geil Keine Häuser verfügbar Komm später wieder Weil mir die Vase noch fehlt Oder die Vasen Aber ich finde bestimmt bald welche Bestimmt Ich hoffe es Aber gut zu wissen Hier hätte ich nochmal Tapete gekriegt Die ich jetzt aber gerade nicht kaufe Weil ich auf Vasen hoffe Na Schauen wir doch mal Hier Ich hab ja Ich bin pampf okay ich habe mich dann wohl geirrt ja gut dann dann machen wir es so oh man banana brains es ist eine sativa, ach was das sind alles sativas weil indicas auch sativas sind alle cannabis pflanzen sind sativa aber nicht alle indica alle indicas sind sativa aber nicht alle sativa indicas ich weiß die haupt meinung sieht das anders die allgemeine meinung aber die erkenntnis dass es so ist wie das was ich gerade gesagt habe das ist noch nicht so noch nicht so alt das haben sie erst vor wann war das zwei jahren oder so rausgefunden rausgefunden ja ich glaube ich gebe da gleich nochmal dünger für aus aber erst warte ich bis es nicht mehr so lange dauert mit dem ne bis es länger dauert mit dem gießen genau weil jetzt schon auszugeben wird dumm das wäre ziemlich dumm na guck mal der ist auch in neun minuten da da bin ich mal gespannt was der dann will aber so wie ich den kenne will der dann honig milch und so ein schrott das wird dann eher nix was ist mit johnny ich mein jimmy was ist mit johnny hey hier kommt johnny der eigentlich jimmy heißt so genau ich muss das hier mal abschneiden dann lasse ich den topf mal frei und die drei minuten warte ich noch schauen wir mal was dann los ist hat sich hier schon irgendwas verändert 995 ja hier sieht es hier sieht es eher schlecht aus da hinzukommen und ein bisschen weniger damit ich noch so ein paar diamanten abstaub aber das wäre schon echt sinnvoll das zu machen weil hier gibt es richtig diamanten und es geht auch noch lang genug und hier bin ich kurz davor noch mal so ein paar abzustauben da sollte ich auf jeden fall dran bleiben aber ich meine als nächstes haue ich das weg dann das dann das da muss ich mal gucken ich habe jetzt gerade noch einen frei da haue ich noch mal einen hindukusch rein ich verbrate die jetzt nicht weil ich den honig noch in produktion geben bringen will aber die wachsen ja zum glück schnell das heißt den auftrag kriege ich dann auch noch weg für den hier sehe ich eher schwarz aber da könnte ich das ja mal umdrehen und mal hoffen dass da was besseres bei rumkommt und taktisch vielleicht gar nicht so dämlich denn diamanten ja 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 ja